Es ist die erste Nacht in die Wurlaufbahn und die Dampflok wird mit Chanks in Löttingkamp, mit Wasser natürlich. So brauchen wir nicht extra Kleinwandlung fahren, wenn das hier vor Ort in der Pause macht. Die DS-30-X-Box-Bombkorn von der Zigaretten. Die Begelei, die Streckendock. Der Tageblatt ist auch da. Allzeit! Das war auch schön. Auf die Mitte! Ich komm genau richtig! Ich komm genau richtig? Ja, ich wollte gerade mich zu euch auf den Weg machen. Mensch, bist du dich Andreas? Ja, kennst du mich noch? Ja, natürlich. Ich hab dich gleich wieder erkannt. Obwohl ich dich so lange nicht gesehen habe. Ja, das tut mir auch echt leid. Ja, mir auch. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich filme. Nein! Das ist natürlich ziemlich dunkel, ne? Deswegen schalte ich mal eben aus. Ich bin mir mal aus. Vielen Dank.